Musik Ich bin Barkeeper geworden, weil ich während meiner Schulzeit in einem kleinen Eiskaffee angefangen habe, mich mit dem Thema Gastronomie auseinanderzusetzen. Und wie es häufig so ist, oder vielleicht wie es ein bisschen klischeehaft ist, ist in dem Eiskaffee, wo ich damals gearbeitet habe, der Barmann krank geworden. So habe ich dort ein bisschen ausgeholfen und habe dann gemerkt, dass das mein Ding ist und schnell wurde aus meinem Ding irgendwie eine Leidenschaft. Unsere Bar am Steinplatz ist insofern besonders, weil wir es schaffen, die Berliner in unsere Bar zu locken. Und genauso aber ein attraktiver Platz und Treffpunkt zu sein für die internationalen Hotelgäste. Den größten Teil meiner Inspiration nehme ich tatsächlich im täglichen Umgang mit Lebensmitteln. Das heißt, ich esse und trinke sehr, sehr viel und versuche so verschiedene Geschmäcker und Aromen aufzunehmen. Was ich am Ende so faszinierend an dem Beruf finde, ist, dass man den Gästen und den Menschen letztendlich unsere Art von Geschmack bzw. Aromen näherbringt. Das heißt, ich tolle den Wie. Untertitelung des ZDF, 2020